Musik Grüß, ich bin der Josef Empel, komme aus dem Pinzgaard, bin 16 Jahre alt, mache Triathlon. Triathlon ist sehr hart und braucht viel Kraft und Energie. Und mit Energie hat auch Josefs Job zu tun, denn er macht bei der Salzburger G die Lehre zum Energietechniker. Wir sind Energietechniker, wir sind von der Stromgewinnung bis nachher zum Verbraucher, da zwischendrin machen wir alles. Wir haben ja auch gefühlt, dass du früh um dich rumkommst, bist du auf einer Bergstation, überall um den Berg und nachher eben auf der Hochspannungsleitung. Da musst du viel sparteln, bist du spartlich betätigt. Und es gibt einen Tag wie heute, wo man nur seine Alten in der Werkstatt erledigt. Es war eigentlich echt cool, ich bin gleich fröhlich aufgenommen worden und mir ist viel Zeit geworden und mir hat es eigentlich immer viel Spaß gemacht. Und du siehst immer etwas anderes, also es ist viel Abwächst nach sich. Das ist eine Steuerung von einer Trafostation, also die ist für dich da, dass du von der Ferne schalten kannst und sie zeigt auch einen Fehler an. Ein Fehler ist zum Beispiel, wenn ein Baum in einer Leitung hängt und eben für uns ist es gut, dass es weitergeleitet wird, weil nachher keiner von der Ferne gleich einen Alten los schickt und der fährt da hin und repariert das. Ja und hier jetzt mal das alles verdrahten. Da schauen wir mal erst jetzt mal meinen Plan an. Für die Verdrahtung der Schaltanlage bereitet Josef erst die Drähte vor, isoliert sie und steckt Hülsen drauf. Ja da fahre ich jetzt, wie wir sagen, vom Herzstück, der die ganzen Störungen an sich meldet. Da fahre ich jetzt auf eine Klebe, zum Beispiel da, was ich jetzt sehe, auf die X100, dass das verbunden ist, weil sonst kommen keine Meldungen. Ja, jetzt mache ich Lehrer, eben Lehrer mit Natura, das ist jetzt neu. Ja, nachher möchte ich die LAP, also Lehrabschlussprüfung, erfolgreich abschließen und einen sehr guten Erfolg bekommen. Ja, nachher spreche ich hin an meinen Master, das möchte ich heute schon unbedingt erreichen. Vor allem Lehrlingen, die nicht in der Stadt Salzburg wohnen, greift die Salzburger G unter die Arme. Weil wir sind im Kolb im Haus, das ist sehr zentral, in Salzburg, mitten in der Stadt. Du hast viel, viel Möglichkeiten, auch das Sportlust und so. Und das Klasse ist auch, dass Salzburg übernimmt die Kosten für das Kolb im Haus auch zur Hüfte. Als Energietechniker sollte man vor allem diese Eigenschaften mitbringen. Ja, du musst technisch interessiert sein und du solltest auch teamfähig sein, dieses Werkzeug. Und ja, sportlich ist auch eine große Rolle, weil du musst du öfters auf den Masten oder so steigen. An Sportlichkeitsmangel des Josef Empel mit Sicherheit nicht. Alle Infos zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at. www.salzburg-ag.at.